Die Schlaraffia ist eine am 10. Oktober 1859 in Prag gegründete, weltweite deutschsprachige Vereinigung zur Pflege von Freundschaft, Kunst und Humor. Das Wort Schlaraffe soll vom mittelhochdeutschen Wort Esluraffe abgeleitet sein, was damals so viel hieß wie sorgloser Genießer. Der Wahlspruch der Vereinigung lautet in Attevolubtaus. Der Begriff Schlaraffia ist durch den Allschlaraffenrat markenrechtlich geschützt worden und kann demnach mit einem R in allen Veröffentlichungen des Vereines geführt werden. Zu anderen Markennamen, die den Begriff Schlaraffia enthalten, etwa Schlaraffiamatratzen, gibt es keinen Bezug. Eine Verbindung zur Freimaurerei besteht nicht und auch von Serviceclubs, Wie etwa Lions Club oder Rotary International sowie von Karnevalsvereinen und ähnlichen Vereinigungen grenzen sich Schlaraffen deutlich ab. In der Zeit des Nationalsozialismus sowie später unter der Regierung der DDR mussten viele Recher zwangsweise den Vereinsbetrieb einstellen und konnten nur in sehr vereinzelten Fällen durch geheime Treffen in sicherer Umgebung diese Zeiten überstehen. Durch die Flucht und Vertreibung Deutscher aus Mittel- und Osteuropa 1945 bis 1950 kam es in der Bundesrepublik zu vielen Neugründungen. Allgemeines. Als 1859 der Direktor des Deutschen Theaters Franz Thome einen seiner jungen Künstler, den Bassisten Albert Eilers, in die Prager Künstlervereinigung Arcadia einführen wollte, wurde dieser wegen seiner Mittellosigkeit als angeblicher Proletarier abgelehnt. Aus Protest gründeten Eilers und seine Theaterkollegen einen Stammtisch, den sie Spöttisch-Proletarier-Club benannten. Daraus entwickelte sich nach manchen Umwegen und Rückschlägen die heutige Welt umspannende Schlaraffia. Die Schlaraffen, ein Männerbund, treffen sich in der sogenannten Winterung einmal an einem festgelegten Wochentag in ihrer Schlaraffenburg, dem im Stil eines mittelalterlichen Rittersaales ausgestatteten Vereinslokal, zu Sippungen. Diese Zusammenkünfte werden nach festgelegtem Zeremoniell in Form eines Ritterspiels mit wohldurchdachten Regeln in zwei Teilen einem im Ablauf. Stetsgleichen. Auf wiederkehrende Regularien bedachten ersten und einem freier zu gestaltenden, eher künstlerischen zweiten abgehalten. Sturmhauben, Hemme und Rüstungen sind aus buntem Stoff in den festgelegten Reichsfarben. Die Waffen wie Junker, Dolch oder Ritterschwert zumeist aus Holz. Während der Sippungen wird sowohl der Alltag persifliert als auch durch Vorträge in literarischer bzw. musikalischer oder künstlerisch darstellender Form, Fechsungen genannt, das Interesse an der Kunst wachgehalten. Eine antiquierte Sprache mit eigenen Ausdrücken für alltägliche Dinge gibt den Sippungen ihre eigene, humorvolle Note. Alles außerhalb des schlaraffischen Spieles ist profan, die Profanei. Schlaraffisches Symbol für Weisheit, Humor und Tugend ist der U, der in jeder Burg zu finden ist. Beim Betreten derselben grüßen die Schlaraffen ihn mit einer tiefen Verbeugung. Was zugleich das Abstreifen profaner Schlacken, also das sich ganz einlassen auf das schlaraffische Spiel, symbolisiert. Auch gehört eine besondere Zeitrechnung zum schlaraffischen Spiel. Im Gegensatz etwa zur Zeitrechnung nach christlichem Maßstab orientieren sich Schlaraffen am Gründungsjahr ihrer Vereinigung, demzufolge. Bezeichnen sie 2012 als das Jahr Ra. Obgleich die Schlaraffia vielerorts ein eher zurückgezogener Idealverein ist, treten einige Reiche mit öffentlichen Kulturveranstaltungen in ihren Heimatorten auf. So betreibt zum Beispiel die Schlaraffia Oldenburgia seit 2004 eine Kleinkunstbühne und veranstaltet Sonntagsmartinen mit Konzerten, Kabarett, Lesung und Theater, Spiegel und Zeremoniale. Alle Rahmenbedingungen des schlaraffischen Spieles sind im Regelwerk Schlaraffen, Spiegel und Zeremoniale festgelegt. Die Bezeichnung Spiegel für Gesetzeswerk spielt auf eine seit der griechischen Antike vielfach neu belebte literarische Tradition an. Man hält sich selbst einem Fürsten oder einer ethnischen Gemeinschaft den Spiegel vor, um zu erkennen, wer man sei bzw. wer und wie man sein sollte. Diese offizielle Satzung des Weltverbandes Al Schlaraffia, die seit 1867 in verschiedenen Neuauflagen überarbeitet und den neuen politischen Verhältnissen angepasst wurde, ist durch die große Tradition von Fürstenspiegel, Sachsenspiegel, Narrenspiegel, Eulenspiegel, Ritterspiegel und Märchenspiegel präformiert worden. Erkennungszeichen Für Außenstehende sind Schlaraffen außerhalb ihrer Sippungen an der Rolandnadel einer kleinen weißen Perle, die am linken Revers getragen wird, oder an einem am Fahrzeug befestigten Aufkleber erkennbar, der einen blinzelnden Uhu-Kopf zeigt, Gruß und Einwurf. Der Gruß der Schlaraffen lautet Lulu. Das lautmalerische Kunstwort wird in den Sippungen auch als eine Interjektion der Zustimmung und des Lobes verwendet. Nach dem Volksgündler Erich Kessmeier gibt es für den Gruß zwei Erklärungen. Es ist die Abkürzung der Übersetzung von Spielt das Spiel ins lateinische Ludum ludite. Da fast alle Gründungsmitglieder der Prager Bühnenprofis waren, verwendeten sie passende Textzitate in ihren heiteren Stammtischgesprächen. Aus Schillers Wallensteins Lager wurde die Textzeile Lustig, lustig, da kommen die Prager, zitiert. Als Kurzform blieb schließlich Lulu übrig. Die Buchstabenumkehr Ulul bedeutet einen Zuruf der Ablehnung und des Tadels. Reiche Örtliche Gruppen der Schlaraffier in Städten werden von Schlaraffen, Reiche genannt. Das erste Schlaraffenrisch entstand in Prag, von deutschen Künstlern gegründet. Dort war ihre letzte Heimstatt in der Stephansgasse 36. Inzwischen existieren weltweit derzeit 261 Reiche und Kolonien, in denen ausschließlich Deutsch gesprochen wird und die in engem Kontakt zueinander stehen. Sie sind in der Altschlaraffia zusammengefasst, welche auch die Altschlaraffische Stammrolle herausgibt, ein über 1200 Seiten umfassendes Buch, das jeder Schlaraffe jährlich aktualisiert erhält und das einen Überblick über alle Reiche, Kolonien und ihre Vorstufen sowie die Sassen bietet. Jeder Schlaraffe ist in jedem Reiche der Welt jederzeit willkommen. Momentan bestehen Reiche in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, Schweden, den USA, Kanada, Mexiko, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Brasilien, Argentinien, Thailand, Südafrika und Australien. Die einzelnen Reiche und Kolonien sind in der Reihenfolge ihres Entstehungsdatums nummeriert. Mitgliedschaft Neue Mitglieder müssen durch einen Schlaraffenritter als Pilger eingeführt werden und eine Prüflingszeit absolvieren, ehe sie durch allgemeine Abstimmung, die sogenannte Kugelung, aufgenommen werden und als Knappe ihre Laufbahn beginnen, die über den Stand des Junkers zum Ritter führt. Im Jahr 2013 sind rund 10.300 Schlaraffen in der gültigen Stammrolle registriert, davon im LV Austria 2.519, im LV Deutschland 6.517, im LV Helvetica 466, im LV Lateinamerika 198, im LV Nordamerika 608 Sippungen. Die schlaraffischen Zusammenkünfte werden Sippung genannt und laufen überall nach dem gleichen Muster ab. Sie bestehen aus zwei Teilen. Der erste Teil ist den Amtshandlungen gewidmet. Dazu gehören die feierliche Eröffnung der Sippung durch den fungierenden Oberschlaraffen, die Begrüßung der eingerittenen Gäste, d. h. Sassen anderer Reiche, die Verlesung des amtlichen Protokolls der vergangenen Sippung durch den Marschall sowie eines nichtamtlichen Protokolls durch einen in der Woche zuvor bestimmten Sassen. Nach dem Abschluss des ersten Teils folgt eine Schmus- und Erzungspause. Während derselben oder auch schon während des ersten Teils wird die Fechsungsliste herumgereicht, auf welche sich jeder Sasse eintragen kann. Der plant, im zweiten Teil auf die Rostre zu steigen und etwas vorzutragen, im zweiten Teil der Sippung werden Fechsungen vorgetragen, d. h. Jeder kann etwas zum Besten geben, gleich ob Poser, in Versform oder musikalisch. Dies kann etwas Gefechstes, also selbstverfasstes, sein oder man trägt ein Werk eines anderen Autors vor. Die Sippungen stehen in vielen Fällen unter einem besonderen Thema, zu dem man etwas fechsen kann, aber nicht muss. Einen Überblick über alle Veranstaltungen samt Kontaktdaten bietet die Broschüre Sippungsfolgen, welche jährlich vom ASL herausgegeben wird. Schlaraffen-Latein Die Schlaraffia zeichnet sich, wie oben schon angedeutet, durch eine eigene Sprache aus die Schlaraffen-Latein genannt wird. Ob schon die schlaraffische Sprache auf der ganzen Welt das Deutsche ist. Dieses Deutsche enthält eine Reihe von bewusst altertümlich gewählten Ausdrücken und Wendungen, die die ritterliche mittelalterliche Atmosphäre hervorheben sollen. Dazu gehört auch die Anrede ihr, die während der Sippungen durchwegs zu verwenden ist, auch wenn man sich in der Profanei duzt. Ein paar Beispiele des Schlaraffen-Lateins. Erzung und Labung ist gleich Essen und Trinken, Quell ist gleich Bier, Lete ist gleich Wein, Schaum-Lete ist gleich Sekt, Schmauchtopf ist gleich Tabakspfeife, Lunte ist gleich Zigarre, Lunderte ist gleich Zigarette, Bank ist gleich rhythmische Äraweisung, die einem Schlaraffen entgegengebracht wird. Pön ist gleich Geldstrafe, die verhängt wird, wenn man sich ungebühlig verhält oder gegen Spiegel und Zeremoniale verstößt. Benzinross ist gleich Auto, Benzin-Elefant ist gleich Reisebus, Dampfross ist gleich Eisenbahn. Tross ist gleich Familie, Burgfrau ist gleich Ehefrau, Burgschreck ist gleich Schwiegermutter, Burgwonne ist gleich Freundin, Lebensgefährtin, Burgmaid ist gleich Tochter, Burgkneblein ist gleich Sohn. Klavikimbel ist gleich Klavier, Zinkenmeister ist gleich derjenige, der das Klavikimbel bedient, Seufzerholz ist gleich Geige, Kniewinsel ist gleich Violoncello, Minneholz ist gleich Gitarre, Quasselstrippe ist gleich Telefon, Sendbote ist gleich Brief, Sendwisch ist gleich Postkarte, Christellein ist gleich geselliges Zusammensein außerhalb der Sippungen. Vade Mekum ist gleich jährlich Erscheinende Broschüre, die alle Angaben und Veranstaltungshinweise des herausgebenden Reises enthält. Stammrolle ist gleich Mitgliederverzeichnis. Rüstung ist gleich Helm und Scherpe, eventuell Rittermantel. Schweibenschwanz ist gleich Frack. Bekannte Persönlichkeiten in Schlaraffia. Künstler, Schauspieler, Schriftsteller und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren und sind Schlaraffen unter anderem. Der Prager Theaterdirektor Franz Thome, Gründer der Schlaraffia. Die Komponisten Nico Dorstal, Alfred Grünfeld, Karl Komczak Jr., Franz Leher, Hans Pützner, Oskar Strauß. Die Direktoren der Wiener Staatsoper Wilhelm Jan, Gustav Mahler. Die Opern, Sänger Anton Arnold, Eduard Bachmann, Walter Berry, Oskar Hillebrand, Franz Innozenz Nachbauer, Louis Treumann, Fritz Windgassen. Die Musiker Erwin Boots, Josef Keilbert, Norbert Pawlitzki, Otto Schulhof, Horst Winter. Die Schauspieler Gustl Bayerhammer, Roland Eugenbeiküffner, Richard Aibner, Alexander Girardi, Konrad Adolf Hallenstein, Attila und Paul Hörbiger. Die Schriftsteller Ludwig Ganghofer, Rudolf Lothar, Karl Moran, Peter Rosiger, Eduard Schmidt, Weißenfels, Albert Sixtus, Rudolf Stürzer. Karl Heinrich Tintipunkt, die Bildhauer Hans Brandstetter und Bernhard Kremser. Die Architekten Ludwig Baumann, Richard Gach. Die Maler Leo Sebastian Humer, Ugo Kunz und Jochen Kusbert, der Kriminalist Max Edelbacher, der ZDF-Meteorologe Uwe Wesp. Die Kabarettisten und Texter Fritz Grünbaum, Fritz Reha, Peter Wehle, der Kinderchirurg Hans-Peter Hümmer. Im Rahmen des Schlaraffenspiels werden darüber hinaus auch zahlreiche, nicht mehr lebende Persönlichkeiten namentlich verewigt. Indem sie posthum zu ihren Schlaraffen erkoren und immer wieder rezitiert werden, so zum Beispiel Heinze Erhard, Hermann Lünz, Robert Stolz, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schiller, Karl May oder Peter Paul Rubens.